aufsteigen rösten saust aber wie kervor wenn du ollec triffst der rastet auch gerne mal aus gleich bei einer im städtet wenn die jahre mit dem spiel zu wollen zack 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 ja das war ein paar wir sind eigentlich gut zur durche und und steck was haben die damit zu tun das ist eine gute frage ist auch egal wer im krieg also von daher kräften sowieso alle gegen alle die rasten hält aus schon zu bürs wäre ausgerastet schießt uns auch eigens auto an dabei wurde ollec ahhh fuck das war vielleicht ne jawoll ich bin der rest sehr schön ooo meiner neiiiin äh hä ist da einer und er ist tot ollec kommt nicht mehr drauf auf den wagen keine ahnung ah nein kommt er nicht oder wenn du nicht ne er schaut mich raus deswegen kann er nicht drauf aber er geht drauf ja ooo die saints kümmern sich hier rum wir sind auch saints weißt du das ähh ja die soldaten kümmern sich rum die anderen die kinder mein gott ne die nichts können die typen die einfach rumstehen und nichts machen ich kann warum schicken wir heute die nichts können eigentlich dahin ok ohoaa ollec vorsicht bieg nicht bitte alter ollec blieb ich einfach zu schwer das ding klatsch da voll drauf das Ding ist explodiert, als du es gerammt hast. Wegen Olek. Das macht das... WTF?! Das war... ist... Ja, könnte halt unterklingen. Der Roller war jetzt gerade echt so drauf, dass der... Hab ich das richtig gesehen? Der Roller hat... ihn so entzielt. Begun. Nein, nein, ich habe die Ampel gerammt. Ich wollte schon sagen, das hat doch nicht so aus. Warum explodiert alle Autos? Weil du es kannst. Waaaaaah! Zack, 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 zack! Guck mal, die geben uns immer wieder neue Wagen hier. Das ist auch gefallen. Warte, wo es Olek ist? Warte, wo es Olek ist? Warte, wo es Olek ist? Der macht er schon. Woaah! Wuuuuii! DIsIsIsWa! Jo! Und das ist ein Fan Treffend! Hahaha! Hauptsache, nochmal Geld kassieren für Fan Treffend. Oh. Hä? Ups, Percy. Scheiß auf Percy. Weg ist er. Einfach weg. Kommt ein Fetty an. Hatte er. Der Fetty ist weg. Äh. Glaube ich zumindest. Oh, ich hab Oleg angeschossen die ganze Zeit. Wird ich umbringen. Oh, da ist der Typ mit der Granate. Wow. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Stackpanzer. Die ganze Zeit. Ja, ja. Geh auf, man. Vorsicht, versuch nicht zu sterben. Versuch nicht zu überleben und so. Und wie ist es so da im Bogen? Ganz schnell mal drücken, du. Aaaaah. 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 Alter, alles explodiert. Nix, 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 nix. Los, 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 los. Ich hol mir 9. Ja, du musst ihn trotzdem den Begleiter wiederbeleben, sonst verlieren wir. Ja, dann hol ihn doch. Wo ist er denn? Ach, Rainer, und los geht's. Oleg. Ohne Witz, ich glaub das Ding wird echt schwerer dadurch. Kann sein. Ja. Zurück könnten wir uns noch einen Saint holen. Stimmt. Stimmt. Ja, stimmt. Aber unnötig, von daher. Hm? Da. Haha. Sperre an der falschen Stelle aufgebaut. Yeah, Power-Styler. Was verfolgt ihr uns? Tut nicht so. Boah, ich hab auch was Gefühl mit Oleg auf dem Rücken, äh, auf dem Wagen ist das übelst komisch. Guck mal wie das Ding, der Typ ist fast fetter als der Wagen und stell dir mal vor wie wie dick ein Wagen ist. So ein Wagen. Ja. Das ist wie ein Koloss, man, der kann nicht mal in einem normalen Auto drin sitzen, der muss hinten drauf sitzen. Nicht getroffen. Ich werd nur noch mal nach vorne. Ah, schon er. Wow. Da fetzt er weg. Wow. Yeah. Raussband, wow. Hast du die Ultraschall-Ding noch drin? Was? Die Schall da, das Schallteil? Ich hab' gesehen. Da. Komm mal näher Gegner. Genau so. Bats! Weg ist er. Hä? Bats! Weg sind sie. Ruhig Brauner, ruhig. Oh komm, wir kommen da am schnellsten hin. Der hat mir nämlich grad meinen Routenplan allein ge... Der hat mir grad meinen, meinen, meinen... Mir hat sich das nochmal GPS rausgeschmissen, weil das Ziel in der Nähe ist. Ja. Also versuch ich mal hinzukommen, auch ohne... jetzt GPS zu müssen. Somitischen. Ah, kommts hin. Alter, jesus, man. Treffe irgendwie nicht. es ist Krieg man es ist Krieg natürlich ist das Krieg was denkst du denn in die Geschirr in die äh Schlacht Graben das ist ein Trainingsgebiet oder was kann sein halt wir haben alle voll Stern ich hätte vorher ein Muni kaufen sollen auch die so da war mein Wort gar nichts getroffen Super doch habe ich getroffen der ist fast kaputt abhandeln schmeckt dass Gegner Fuck you, Flammenwerfer! Alter! Aha! Wo ist der andere? Achso, ich dachte gerade, der ist leer, die wir oben drauf auf dem sitzen. Auch im Panzer, weißt du? Nicht schlimm genug, dass er schon im Panzer ist. Bist du tot? Ah, ja gleich, tot. Okay, fuck, 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 ich darf nicht sterben, ich darf nicht sterben. Fuck. Oleg steht wieder auf. Fuck. Bitte? Du bist ein Noob, du bist gestorben. Du bist vorgestorben, also. Mann, ey. Dieser Panzer, würde ich mal so sagen. Egal, unser Checkpoint ist wahrscheinlich direkt da, wo die Panzer kamen, von daher. Alle mal ruhig bleiben. Wieso? Ja. Wow, warum ist jetzt auch noch das Militär hier? War auch gerade da. Nein, wahnsinnig. Ja, weil immer Stack dabei, ne? Ja. Es sind ja Stack. Aber da ist auf einmal... So ein Wagen, aber trotzdem Stack-Einheiten. Heilige Scheiße, ey. Und so viele hier. Warum denke ich Oleg keine Waffe? Weil er keine braucht. Das wäre aber viel geiler irgendwie mit dem, mit der Waffe. Weißt du, so eine Minigun, das wäre schon geil. Ich gehe mal hier runter, das ist viel besser. Da musst du doch irgendwo eine Minigun liegen, die er aufheben kann. Das wäre jetzt alles ein bisschen praktischer. Ein nach dem anderen töten. So macht man das. Zack. Da ist er, dem will ich doch. Ich will die nicht so an, Gegner. Äh, Nicodem. Aua. Ja. Es sind Ferien. Ja, Ferien sind jetzt. Juhu. Geht doch, geht doch. Schmeckt das. Ach, der Panzer rastet aus. Oh Gott. Er rastet aus. Ah, Hilfe. Macht er da, was macht er da? Hilfe. Ach, das ist eine Sache. Aua. A saint Lucifer, not bloody life, please. Aua. Ist das eigentlich nicht völlig dumm? Ich denke wir können... Jovan ist planen, auf dem Stilport zu verlassen. Was? Du schaffst mich? Er ist auf dem Flugzeug. Es ist nicht viel Zeit. All right, just relax. Nein, ich kann ihn nicht gewinnen. Wir können ihn gewinnen. Willst du einfach warten, bis ich da bin? Mother of me! Ein kleiner Stil. Just try to get those handcuffs on me, b***h. Ich möchte dich nicht arrester. Es wird nichts lösen. Die Leute müssen sich aufzunehmen und sehen die Gefahr, die du wie du bist, an innocenten Menschen sind. Als du die Magaraque-Iran, der ganze Welt sieht deine true Farbe. Ich bin nicht sicher, dass du das gehört hast. Aber die Stilte sind nicht blöken. Wir werden sehen, wie viele Leute das glauben, wenn Shaundi und Viola in der Wreckung gefunden haben. Ja, okay. Was jetzt? Richtig. Ich will sagen, ich... Shaundi! Das sind so viele! Das sind so viele! Ja! Das sind so viele! Das sind so viele! Ja! Wir killen Tybain. Wirst du auch später... Nein, wir retten die Schäuhe. Wir killen Tybain. Fafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf ja ich denke mir doch logisch wenn du schon so ankommst mit wir hätten jetzt schon jetzt schon Grund was kann es wohl sein was denkst du denn ja werde ich schon sehen I need a hero ja ist bei mir auch gerade von Mission wahrscheinlich ne ja I need a hero Schorn die retten was? Aber wir müssen Schorn die retten, sie singt das doch sie braucht ein hero raus oh fuck, 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 fuck renn da weg, renn da weg, renn da weg, komm zu mir, renn, renn, renn das ist ja gut so siehste hat sich gelohnt ja siehs mal ja oh einen noch jetzt kann man weg hier I need a hero los angels das erfährt uns jetzt gehts ab jetzt gehts ab komm ist auch zu stark das wird noch viel krasser pass auf du musst drauf achten wenn er jetzt alles umfährt huiii wieso fährt er so lang ja ey na geht doch mein gott ey das erfricht oh ich hab unter ich hab ja unendlich Panzerfaust ja richtig huiii oh mein komm her komm her komm her du Bastard so nicht oh die rasten hier auch alle komplett wieder aus stirbt na kommt noch irgendwas hin anscheinend nicht angriff auf den flugzeug auf den flugzeug